Greta Thunberg, sie bekommt so viel Aufmerksamkeit und es sind fünf Faktoren in ihrer Kommunikation, die sie so erfolgreich machen. Greta Thunberg, die ganze Welt hört ihr zu. Ich meine, ehrlicherweise für ein 16-jähriges Mädchen oder für eine junge Frau ist das unglaublich. Und ehrlicherweise, ihre Botschaften sind ja nicht so neu. Was neu ist, ist, dass die ganze Welt darüber spricht, ja sogar Schulen gehen in Streik. Und es gibt einfach Faktoren, die Menschen attraktiver für uns machen, wir hören ihnen mehr zu. Fünf Faktoren, die Greta Thunberg so erfolgreich machen. Faktor Nummer eins, sie ist eine sehr kleine Person und sie schaut sehr jung aus. Das gibt ihr die Erscheinung, ich bin nicht gefährlich. Jetzt passiert folgendes, jeder der sie attackiert, bekommt es mit dem Rest der Gesellschaft zu tun. Wir wollen sie beschützen. Und das ist ein evolutionäres Erfolgsprogramm, denn wir haben immer unsere jüngere Generation, unsere Kinder sozusagen beschützt. Warum? Weil sie haben garantiert, dass unsere Spezies, die Art Mensch, weiter besteht. Faktor Nummer zwei, sie setzt auch ein wenig darauf, dass sie jung aussieht. Und zwar ihre Zöpfe, ihre Kleidung, die buhlen so gar nicht um die Jugendlichkeit. Vergleichen wir das einmal mit Instagram oder Facebook, wie sich da junge Mädels und junge Buben geben. Da ist viel mehr Zeitgeist dabei, der fehlt bei Greta Thunberg völlig. Auf der anderen Seite zeigt sie ganz wenig Gesichtsausdrücke. Sie schaut sehr ernst. Und das gibt ihrer Botschaft eine unglaubliche Kraft. Was noch auffällt, und das ist Punkt Nummer vier, sie lächelt sehr wenig. Wenig Lächeln, wenig Gesichtsausdruck, das lässt Greta Thunberg erwachsener erscheinen. Ja, eigentlich sogar alt erscheinen. Denn Faktum ist, je jünger wir sind, desto mehr Gesichtsausdruck zeigen wir. Stellen wir uns einmal ein drei-, vierjähriges Kind vor und vergleichen es mit einem uralten Menschen, 85, 90 Jahre. Du wirst sofort erkennen, der alte Mensch zeigt weniger Gesichtsausdruck. Und interessanterweise sehen wir das auch bei Greta Thunberg. Sie kommt damit eigentlich sehr ernsthaft rüber, trotz ihrer Jugendlichkeit. Da ist nicht so ein Herumkichern, ein Herumlachen, wie man oft bei jungen Menschen sieht. Nein, sie ist echt no nonsense. Und jetzt muss ich einen kleinen Einwand oder einen kleinen Sidestep machen. Es wird immer wieder kolportiert, sie hätte Autismus. Auch ihre Familie sagt, dass autistische Züge bei ihr zu erkennen sind. Es ist eine sehr schmale Gratwanderung. Was ist Autismus und was ist noch eine Normvariante? Und deswegen bin ich da zurückhaltend. Ich will auch überhaupt nicht darauf eingehen, sondern einfach nur, wie wirkt sie auf uns? Und das würde für uns alle gelten, wer wenig Gesichtsausdruck hat, wer ernst reinschaut, dessen Botschaft kommt ernst rüber. Und da kommt jetzt Nummer 5 dazu. Der fünfte Faktor ist, sie spricht unglaublich gut Englisch und ihre Worte sind sehr, sehr genau gewählt. Also wenn sie eine Rede hält, die macht von Anfang bis Ende Sinn und da sind keine Holperer drinnen, das ist alles unglaublich gut gesprochen. Und das lässt sie wiederum sehr überlegt, sehr weise wirken. Das sind die 5 Faktoren. Aber jetzt sage ich gleich ernst dazu, du darfst nicht einen oder zwei Faktoren rausnehmen und denken, du hast dann die gleiche Wirkung. Also wer jetzt denkt, ich will jetzt nur ernstes Gesicht machen, wenig Ausdruck und habe eine toll geschriebene Rede und bekomme die gleiche Aufmerksamkeit. Du wirst maximal langweilig wirken. Das sind ja die typischen Reden in den Bundestagen und Nationalräten. Umgekehrt, wenn du glaubst, naja die Jugendlichkeit ist es und du stellst dich auf die Bühne, giggelst herum und machst eine Rede, die eigentlich nicht wirklich gut durchdacht ist, hast du die Wirkung auch nicht. Es ist diese sehr junge, sehr ungefährliche Wirkung und auf der anderen Seite das sehr erwachsene, das sehr ernsthafte Wirkung, das Greta Thunberg so erfolgreich macht. Und damit bekommt ihre Botschaft eine unglaubliche Kraft und sie bekommt viel Aufmerksamkeit, was wohl auch wichtig für unseren Planeten ist.